Jetzt aber! Jetzt aber! Hallo! Zu den Haudegen Er ist jetzt wieder am Start Wer mag die Haudegen? Keine Frage des Tages! Wenn ihr uns nicht mögt, dann bitte verlasst uns Aber lasst bitte 1 Cent hier Ja Das wär nett Wenn jeder von euch nur 1 Cent spendet Dann werden wir schon reich Ja Dadurch, dass wir 2 Milliarden Fans haben Ja, in der Realität Ja Aber die virtuelle Welt ist nochmal was anderes Was machst du denn jetzt? Da darfst du noch gar nicht hoch Hä? Geh auf Oh Gott, Alter, willst du jetzt 15 Minuten laufen? Wieso 15 Minuten laufen? Weil du nicht da oben hinkommst Oh Gott, nein! Komm, das geht! Da war was, du hättest was geschafft Ja, ja, warte, warte, warte Ey, warte Oh shit Die Kamera muss richtig sein Ey, diese Musik macht mich ja isse Ich wusste gar nicht, dass da solch ne Musik läuft Ne, er ist nicht gerade Er muss gerade sein Ah Warte, warte, warte Mach mir das? Wie kling... Wie kling das denn? Aber die Musik macht mich lifes 갔 So, das wird... Ok... Ok... Ja, da war was. Ja! Geil, ey! Und jetzt? Ja, machen einfach. Ja, aber dann spiele ich ja durch. Wir können doch danach die anderen Sterne holen, oder nicht? Ja? Dann haben die Leute auch mal das gesehen, weißt du? Ja, komm. Muss man so sehen. Stimmt, dann fliehst du ja ganz weit weg, oder? Ja. Ja. Wenn das jetzt nicht gefallen hat und uns hasst dafür, dann kann ich nicht kiechen. So. Ich hasse euch! Wo könnt ihr sagen, dass du fühlst? So richtig mit geballter Faust vor dem Bildschirm, weißt? So, mhm! Ich hasse euch. Boah, die sammelt sich jetzt auch noch mit ein, dann sind wir gleich durch. Okay. Schade. Da steht ja nicht im Vertrag, ey. Ich brauche mehr Informationen. Mehr Informationen? Hm. Behinderter Spaß! Ich schaff das nicht. Boah, übel hier. Schon Galaxy-Style. Ja, stimmt. Galaxy-Style. Boah. Das hat mir doch weh. Oh shit. Du hast es probiert. Ja. Jetzt haben die Leute das mal hinfalls gesehen. Oh! Okay, man darf. Ja, ich komm doch wieder runter. Das ist gar nicht. So, ich dachte, du wolltest es sonst fertig machen. Ach, Quatsch. Sonst kriegen noch Schimpfe, weißt du, von unseren Zuschauern. Was für ein Idiot, ey. Echt, ich bin schon noch drin gewesen. Ey, die Uhr. Ja, mach ja auch. Oh nein, jetzt sind die... Tick-Tock-Block. Tick-Tock on the clock. Ich weiß nicht weiter, wie der Text geht. Das sind die Leben? Ich weiß es gar nicht. Ich kenn mich doch nicht aus mehr. ich hasse es hier hier zu gestresstig da wollten sie mich zerquetschen was denn alles easy wo der will wegkram ich muss morgen den ganzen shit rendern den ganzen schild also die zuschauer richtig pisst er meine festplatte dann wird die festplatte richtig pisst ja ich werde jetzt mal auf wie wenig musik eigentlich auch in diesem spiel ja das ist echt so soll ich den erst mal machen ja komm ja wenn du schon da bist ist wie bei joshis island fünf lieder oder so für 20 irgendwie keine ahnung die wieder sind hat alle eingängig aber irgendwie sind die faul gewesen die komponisten aber im galaxy sind auch nicht viele nein bei sunshine glaube ich auch nicht also generell die haben nicht so viele nico spielt wieder in dem spiel aber schon geschenkt gekriegt was denn 1 secret of wind der oder so das habe ich ihm geschenkt ach so ja das kann halt auch ohne internet spielen das mit julio zusammen mit richtig bruder liebe mein bruder julio ja was ist denn los oh du fimmel warum bleibst du einfach stehen geblieben ich wollte da auf den zeiger geh mir nicht auf den zeiger jetzt muss ich mir nicht mehr fallen jetzt halte ich die zeit an wie geht das denn noch mal auf die zwölf muss der lange zeiger ach so ok jetzt mach ich nämlich schön ach die münzen hier ja das ist leicht so ach das ist echt so ich bin hier einfach jagt ey ey wie kann ich nochmal mit welchem ich hasse das seitdem ich das hier umgestellt habe komme ich niemals zurecht ne also seitdem ich den anderen controller benutzen muss seitwinder seitwinder er war ein guter held schön war die zeit aber nicht immer leicht richtig ey ich kann mit dieser perspektive nicht arbeiten spendet für hayes neuen sidewinder obwohl ich glaube den kann man gar nicht ersetzen also habe ich nicht sogar schon von hetters den xbox controller hier bekommen ich glaube schon oder siehst du weißt es gar nicht mehr was los mit dir jetzt zu lang her ja verdammt lang her verdammt lang verdammt lang verdammt lang her ey man die kamera kannst du nicht ein bisschen so so dreht sich gleich wieder automatisch mach das doch ganz ruhig und gemütlich das war doch jetzt nicht schwer ne schwer war es überhaupt nicht oh du Pimmel immel jedenfalls hast du schon 4 das ist doch schon mal etwas jetzt macht sie sogar ein Ding schon über mich lustig so weit ist es gekommen ey hey heute Nacht muss ich noch Paper Mario aufnehmen äh nix mehr auf dem ne ich hab nix ach du scha-oh lag ey oder lag aber lag ey du mach dein lag switch an hey nico ey nico auch lag switch nico ey lag switch nico ha 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 zwei Brotscheiben mit zwei Pizzen drin ha 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 sandwich nico ey so ist gut okay wie machen wir es jetzt wir machst doch einfach mal wieso brauchst du so lange um da im Fall diese behinderten Dinger hoch zu gehen weißt du du hast gut sehen weißt du ich geh gleich in die Wolkenwelt und dann zeig ich dir wie das mal richtig funktioniert ja das will ich mal sehen ey wieso kann er nicht einfach danke und jetzt hier auch bitte ganz geschmeidig einfach sogar danke und jetzt auch hier weißt du so schwer ist das auch nicht ne schwer ist das überhaupt nicht ich hab gesagt ist das nicht nicht überhaupt nicht ja ja weil das ist hier nicht so grantig mein deutschleiter wird immer grantig ja mhm ok der deutschleiter der auch Gepard gesagt hat und Pinocchio scho Pinocchio Junge Pinocchio ey Pinocchio ey soo wo war der denn rechts oder links ich glaub da ich weiß es aber nicht mehr glauben heißt nicht wissen so geht das nicht du musst mit zwei ersprungen naja oder du kannst auch ne das da war das glaub ich ey jetzt unterscheide Junge ich weiß es echt nicht mehr nein geh doch einfach da ja ist ja gut der gibt auch noch einen Stern glaub ich hier der Toad ich geb dir einen Stern du Arsch ok ok ein zitter schon ja ich hab mich gespeichert ist egal du holst ja gleich noch Sterne mhm 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 cruiser crossing the rainbow Hast du die äh 8 Münzen gemacht? ja hast du gemacht? ach ne ich bin auch runtergefallen du bist runtergefallen du ja ich hab mir andere schwere hab ich dann geholt schwere Sterne du hast doch labert ey ist das so hä? das waren voll die schweren die ich dann geholt hab was du willst dich verarschen? ich musste da unter Ansatz meines Lebens hochklettern des Lebens geschologue das heißt wenn ich hier ein bisschen Aladin mäßig oder einen Teppich fließ Rashid Rashid ey ist der neu bei Street Fighter 5 hab ich nur gelesen aber ich habe nichts RASHID das Spiel interessiert mich halt nicht na ja und dann später in allem Augsuchten now gar nicht wahr ich werd es nicht spielen wetten doch? nö ok nön komm wetten was willst du wetten 50€ ja ok ich werde die schon dazu bringen wie denn? ich werde dich zwingen das wäre ja nicht das gleiche als wenn ich das selber ach so ja dann nicht ja zwingen knebeln oder? ja sicher wow wow mann wieso wieso ist der so behindert Können wir nicht mit Luigi spielen? Ja, das wäre geil Fehlt aber hier komplett Luigi's Mansion Mal gucken, was wir danach spielen Und Luigi's Tiertel Ähm Ja, Zelda Zelda? Wäre eigentlich mal eine Idee, oder? Habt ihr da Bock drauf, Leute? Ocarina of Time Ach ne, ich dachte CD-i meine ich Das wäre noch geiler, aber Hab ich nicht Einen ganzen Octo-Hook Könnte ich verdrücken Time to kill some Dodongos Alter, was geht hier? Es ist voll das Felsenmeer Kennst du Felsenmeer? Ja Richtig Meine Mutter wollte immer hin Ich will zum Felsenmeer Und dann so Ja, mach doch Muttchen, geh doch Ja, geh doch, ey Warte, ich mach was anders Guck man denn da hin? Vielleicht von weiter oben Vom Dromen? Ne Wir haben mich verarscht Ja, ich Hab dir nur eine Vermutung aufgestellt, ey Ich hab nach unten, ey Wir sind ganz unten, hallo Oh Gott, ey Wir haben's geschafft So kommst du da nicht hin, ey Ganz unten, ey Ey, ganz unten sind wir angekommen Die Howdingen sind ganz unten angekommen Ja, Leute, ey Mach mal hier Mach mal Mundpropaganda Für uns Howdingen Sagt Was für krasse Typen wir sind Nervt unter allen Videos Aus ganz YouTube Wie komm ich denn da wieder hoch? Und spammt voll, ey Dass unser Kanal gibt Und dann zeigen wir unser Netzwerk Dass wir relevant sind Indem wir uns einfach auswertet haben Schicken wir denen ein Video Dann zeigen wir ein Video mit Das habt ihr verpasst Das habt ihr verpasst Und kriegt ihr auch nie wieder, ey Weißt du? Weißt du, wir könnten jetzt schon ein Video Hinschicken mit Das stimmt, ey Mit den geilen Content, den wir jetzt haben So, wie machen wir das jetzt? Ich würde ja sagen, dass einfach ein Doppelsprung reicht Oder nicht? Also wenn du von der einen Plattform Ne, so nicht Ich meine von der Wenn du von Der Ausgangsposition da springst Ich kann das nicht Okay, das geht auch Deine Tipps, weißt du? Meine Tipps, ey Die sind Gold wert Bronze Bronze, Silber und Gold Hab ich nie gewor- Was? Oh! Oh, ist der schnell Der hat mir fast gesehen, der Bastard Wir haben Zeit Also in eine längere Folge, ja? Ja? Nee Ich hab mich nicht überzogen Jetzt? Echt? Ja Tja dann Ist halt so, ne? Passiert manchmal Hat jeder mal Hauding passiert das eigentlich nie Jetzt aber komm Nee, 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 nee Der müsste doch auf der Höhe sein Ja, da ist er Ey, warte Hast du das, ne? Das ist eigentlich ne scheiß Nein, eigentlich ist das richtig easy Finde ich nicht Doch, ich schon Was machst du denn da jetzt? Lauf doch wieder wie gerade Ich will das nicht so machen Aber selbst dann, ey, kommst du doch da Komm ich da richtig gut hin, ne? Ja, ich weiß Ey, jetzt Also machen wir danach Zelda oder was? Ocarina of Time Ja, meinetwegen Ich hab's ewig nicht mehr gespielt Also ich kenn mich da überhaupt nicht aus Das ist halt für ein Gerücht Ich kenn mich da wirklich nicht aus Also ich hab das wirklich nicht so oft gespielt Okay Ja, wir spielen das auch nicht 100% Also wir wollen nicht alle Herzteile Nein! Nee, ich bin bekloppt Die kenn ich auch nicht alle Musste Marie uns dann helfen Ja, eigentlich schon Die kann sich doch da aushalten Dann kann die uns schon helfen Wieso Wieso macht er das nicht? Ganz ehrlich Ey, bei Mario Galaxy ist das so einfach, ne? Und hier Ja Stellt er sich an, der Bastard Kannste Achso, das willst du jetzt machen Okay Ja, sicher Aber es geht, glaub ich, nicht Nicht mit den Skills, die er bei diesem Teil drauf hat, ey Ja, richtig Der Bewegungslegastheniker Echt mal Äh? Ne, so krieg ich das nun Komm Einmal da rum, ey Eine Pulle rum Ein Pulle rum, ey So, wir machen das jetzt Komm Jawollo Ande, ey Endlich Ist man echt Hart Qual ist das Das ist nicht hart eigentlich Eigentlich ist das wirklich nicht hart Jetzt Erstmal was runter den Jetstream Den Upstream holen, ey So, damit ist Folge beendet, ne? Tschüss Alles 2 3 4 5 7 1